hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt und natürlich darf ein jira piqué nicht im la diga tots fehlen er ist nicht dort enthalten aber wir haben eine flashback spielerkarte und genau diese schauen wir uns mal genauer an und gehen gemeinsam in seine spc lösung aktuell kostet euch die karte circa 320 1000 coins natürlich immer abhängig auf welcher plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen marktgegebenheiten können auch preisschwankungen vorkommen ok der erste blick auf die karte 96 bewertet das müssen wir einmal festhalten dass es wirklich sehr sehr stark hatten upgrade von plus 10 bekommen zu seiner normalen goldspieler karte ja das ist wirklich in 10 und das musste er auch erhalten denn er ist auf den ersten blick sogar richtig langsam 80 haben wir hier zum glück stehen ist es aber glaube ich nicht ganz denn wir haben eine einen sehr schlechten antritt von 76 spring geschwindigkeit 83 ja das ist glaube ich auch so ein bock ding wer einfach fifa spielt aus gründen von den spielern und er sich nicht so drum bemüht wegen meter peter da ist hiermit denke ich ganz gut aufgestellt das ist eine karte die man feiern kann und viele werden das sicherlich auch nichtsdestotrotz ist der spieler aufgrund seiner sehr sehr schlechten seines sehr schlechten tempos sagen wir mal nicht weekend league elite tauglich ok sprechen wir so aus ich denke mal gold wird man damit sicherlich oder auch gold 1 wird man damit sicherlich noch erreichen können aber wer höhere ansprüche hat für die für denjenigen ist diese karte nichts man könnte sie vielleicht ja als ztm spielen so als sechs wirklich jetzt abräumer da sehe ich aber auch nicht schwacher fuß drei sterne und dann zwei sterne skills aber vielleicht hat er noch gute attribute ich dachte er hat noch ein power hat er nicht ansonsten kann man über die karte nicht viel sagen grundsätzlich natürlich sehr sehr gute und auf einem max level schon def werte deswegen ich würde ihm wahrscheinlich mal gucken passspiel ich würde ihm tatsächlich kein shadow geben sondern eher ein katalyst oder vielleicht in den engine wert zu langsam er braucht schon katalyst und das pusht noch so ein bisschen ja das tempo und seine passwerte mit crossing also das pusht man auf jeden fall noch ein bisschen damit ansonsten ja soll es das gewesen sein zu der karte natürlich spanier la liga pk kennt man einfach 194 groß ist ein richtiger tank mir hat zum beispiel auch im bohr tank immer noch richtig gut gefallen und habe ich noch auch bis zum letzten weekend league wo ich gold 2 geholt habe auch sehr sehr gut gespielt mit vielleicht ist das ja eine karte für euch dennoch ist es natürlich preislich ja schon etwas teuer aber wir bekommen eine 96er karte und wir bekommen auch ein paar kleinere packs zurück ich glaube 1 das prime electrum spieler pack ja es hat einen wert von 20k nicht der rede wert das seltene gold spieler set circa 10k und die erste spc nennt sich laukraner weiß nicht genau was das bedeutet ist das in zusammenhang es muss in zusammenhang auf jeden fall mit barcelona sein ich habe es zumindest so aus dem sprachgebrauch noch nicht gehört tatsächlich also bin ich ganz ehrlich da bin ich vielleicht einfach unwissend team of the week oder team of the season kann man hier einsetzen hat man die wahl der qual das finde ich gut ist mal was neues team gesamtbewertung 85 team chemie 60 und natürlich elf spieler wie es von mir gewohnt seid gehe ich ja einmal stillschweigend durch die spieler durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt ersten eipen ihr habt dafür ganze drei tage nach und die ist nur zeit abzuschließen also bis zum bundesliga tots habt ihr noch zeit und dann ist sie abgelaufen ja und dann kommt es auch nicht mal wieder ok jetzt legen wir los let's go und damit haben wir die erste sbc erfolgreich abgeschlossen schauen wir uns die zweite an la la fu ne la furia roja ist natürlich was im zusammenhang mit den spanien so nennen die guten rojas sich ok könnte ich schon wieder neu aufnehmen egal für euch lass ich es dran ich mache hier eigentlich keinen cut oder mache ich nie weil ich es auch nicht kann und will spanien mindestens ein spieler team gesamtbewertung 86 team chemie 50 und natürlich elf spieler und dann letztes mal gehen wir gemeinsam durch let's go und damit haben wir auch die letzte sbc erfolgreich abgeschlossen und jira wiki werden euer neuer mann für euer squad gerne mal euer feedback zu die karte zu der karte jetzt habe ich es aber auch völlig er hat vorhin lang streamen und deswegen schon ein bisschen sabbelwasser getrunken ist das trotz ja jetzt ein bisschen schwer tatsächlich noch aber das nächste video wartet schon ich hoffe euch hat dieses video gefallen und wenn es das getan hat würde ich mich sehr über einen daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftige videos von mir nicht verpassen möchtet abonniert auch gerne kostenfrei meinen kanal in diesem sinne reingehauen wieder schauen